Musik Ok Sie hat mal einen ganz starken Die Blutze rügen mich gerade aus und schnitzeln und die fähigkeit okay wir können die mission auch abgeben wir sind noch weiter nicht das ich wusste das tor noch ein wappen okay wenn die schon an drocks kannst du hier auf die fresse gehen ich bin ich gesehen ich bin zu dem woher Na komm her, ich steh jetzt drauf Morgen wird eigentlich ein cooler Tag mit aufnehmen Kann ich auch nur weiter zocken Heute Morgen Nein, heute Erst mal angeln Einmal kann man sich hier leisten Eisglutstein Ich benutze Fische nicht, ich hab sie einfach nur Nein Oder war nichts zu tun Ein Eider-Pickel, hast du geplatzt? John? Ja Ungefähr Was ist denn der Sommerkrieg? Ja Wenn man sich überlegt, kommt es ein viel länger vor als eigentlich es ist Naja, aber für uns wird es ja nicht mehr anstrengend in den nächsten Wochen Nö, es ist auch nicht Machen jetzt der Praktikum Ja, ich hab gehört, du nimmst auch auf? Ja, auf jeden Fall Na, wir machen daraus ein schwerer Also Sonst ein bisschen besser Das finde ich gut Ja, wir sind auch gut Ähm, ja, ich kann den nicht auswählen Das Ich geh nochmal zurück, ich hab irgendwas verkackt Naja, ich hab die auf, du verkackst Naja, wenn du auf einmal sagst, oh, weiter, weiter, weiter Dann sagst du einfach nein, ich hab da noch was vergessen Ja, was ich weiß, wenn ich auch was vergessen hab Dann schieb sich auf mich um nicht, was? Ja, ich konnte nicht weiter nachgucken Du sagst, ich muss doch mal nachgucken Genau, wenn du so schnell hier Du hast auch ein guter Stimmungsstück, du wirst es mir vielleicht nicht bleiben Hier ist es zu So, jetzt kann ich jetzt kommen Ich Was ist das hier? Okay, hier müssen wir hin Hier warte ich mal hin auf Tisch Aber hier haben wir irgendwie kein, ähm Kein Quest, wollen wir die Hülle trotzdem machen? Äh, für Hier warte, ich warte, da drin muss ich keine Ahnung Einfach eingehen Oh, ich kann auch einen Fähigkeitspunkt versorgen So, nicht wieder hochgehen Ähm, oh, die Hülle ist gelichtert Hört's doch schon, wie er sich gut an war Hört's doch schon, wie er sich gut an war Warum soll's nicht gut sein? Weiß ja noch gestern, die eine Hülle-Liebe gegangen sind Was sind da für hässliche Dinger? Laufen Ja, meine Güte, hier kommt doch da runter Ich stehe ja nicht rumrum Weiß es mich? Ne, ich mein hier über die kleinen Dinger da Hätt ich mit dem Maus klicken? Was? Was? Ich hab mein Head- Ich hab mein Head- Ich hab mein Head-Set mal, ähm Grad zur Hälfte abgenommen Und ich klicke voll extrem So klicken halt So klicken halt, meine Güte Also ich höre Pascal, denn wenn du kein Doppelt schaust, dann Müsstest du Pascal denn fahren Ja, ich auch WTF Ich glaub, wenn jemand daneben sitzen würde, dann würde ich ausrasten Wolltest du nicht eigentlich letzte Woche ein neues Head-Set-Land bist? Ja, wolltest du mir nicht eins empfehlen? Ähm, einfach mal nachfragen Also ich werd's nicht ankommen und dir einfach sowas empfehlen, weil Na ja, wo der einfach dumm kommt Warum? Wenn... Naja, ich weiß nicht Ach egal Nö, nicht egal Ja Soll ich jetzt zu dir hinkommen und ähm sagen Nimm das und das Head-Set, wenn Es gerade kein Bezug kommt oder was Du musst einfach sagen, wann du hingehen willst Dann würde ich mitkommen Dann würde ich mitkommen und dann könnte ich die Hand empfehlen Weil ich weiß nicht welche da sind Und ich kann nicht einfach sagen, das und das und dann kann ich's nur zu kaufen Alter, wenn der mir jetzt angst Ist der eine mir doch hinterher gewandt Mal gucken, ob der Blitz ihn treffen wird Nein, er trifft mich selbst Das wär im Hummel gut Ich raue mich ein bisschen rum Ey, der Hammer macht ja voll extrem schaden Ich geh grad zum ersten Mal Was ist das mal die ganze Hühne? What the fuck? Dann auch mal rum Das ist los Hier oben kann ich irgendwas abgeben Hier oben kann ich irgendwas abgeben Hier oben kann ich irgendwas abgeben Ich heiß für euch zugekommen Blaue Gegenstände sind seltener und mächtiger Die einzigartigen goldenen Gegenstände verschieben über die besten Verzauberungen Violette Gegenstände hängen mit Quest zusammen Grüne Gegenstände benutzen, besitzen schwache Verzauberungen Habe ich grad mal so gelesen Ähm, was wird der Homo? Der verlorene Schlüssel Er gibt einen guten Zauberstart Kann man den hinterher verkaufen? Was kann man ausweißen? Verkaufen das hier Ähm, ich warte mal hier unten auf dich Ähm, und das ist nice Ne, oder? Was durchnehmen? 16, ähm, 16 Körperpanzer Plus 79 Gesundheit Und plus 15% von Begleitern und Dienern Weiß ich doch nicht was tun, typisch Der M20, ähm, ähm, KM Körperpanzer Das musst du uns entscheiden Ah, das musst du uns entscheiden Ich hab keine Ahnung Ähm... Ach komm, scheiß los Und... Unbeleiter ist gerade wieder gekommen Er kann einfach schnell verkaufen gehen Und... Weck mit Ah... Jetzt... Eine Stoffe aus. Muss ich noch Kekse haben? Ja, Kekse. Ja, Kekse. Musik Was ist eigentlich der Christ? Den Wachtwaldtempel Den Wachtwaldpartei betreten und den Großregenten aufhalten Also ein Endposs wieder mal Ja, komm her Wie oft ich öfter Mana tränke, manchmal als Heiltränke Ich hab schon gar keine Mana tränke mehr Hab ich eigentlich welche im Inventar? Ohja, dann kann man ja die benutzen Der Hammer ist voll overpowered Wenn ich ganz nah ran gehe und entschlage, dann macht der so viel Schaden Den One-Hit der fast gegen Gegner Also jetzt außer Endposs und so Das wär's aber Und die nächsten Naja, ihr könnt ihr gerne eure Fähigkeiten einsetzen Na Ich kann dir auch einfach so fertig machen Oh, scheiße An der Wischung anziehen Oh, scheiße Oh, scheiße An der Wischung anziehen Ja, hier, du kleiner Auf Vitalität könnte ich mal wieder ein bisschen skillen Und dann die Fähigkeit der Plasma-Bitze Äh, Prisma-Bitze Ich sollte sie einfach Plasma-Bitze nennen Das beschäftigt mich nämlich schon Und ich finde, dass Prisma-Bitze nicht passt Also sind's jetzt Plasma-Bitze Fürs Protokoll Bitte aufschreiben, ja Ja, Mann? Kann deine Mama aufschreiben Plasma, P-L-A-S-M-A Ich werd das jetzt nicht aufschreiben Wieso nicht? Weil du raus bist, Plasma Nee Doch Nee Doch? Nee Ich treffe Ich werde zwischendurch in den Folgen Vergiss die, da das Jahr noch dabei ist Und der auf einmal kommt die Kommentare Und alle denken sich What?! Und dann Denkst du auch wieder, wo? Nee, das denkt du immer, wenn du deine Stimme hörst Ja, wo ist der coole Max? Nee Klar Sie denken ja nicht, wo ist der coole Halli Ja, wo ist der coole Max? Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Ja, Mann, hast du eigentlich, ähm, Pascal, dein Aids weitergegeben? Das ist schon Jahre her, eine alte Geschichte. Ja. So. Es geht kurz, Pascal, von der Zeit. Ja, ich fand er richtig geil. Also, dass er sich eingepisst haben und darauf eingewixt haben? Ich bin auch nicht... du weißt schon... Nur, was ist das? Was ist das? Pisse rückwärts bis zugeht. Oh, geht drauf. Nö, nö! Doch, Marcel, du sollst aufgehen. Deine Mom gekriegt, oh. Aber du bist nicht. Oh mein Gott, der ist festlich. Nee, ich sehe gut aus. Haha. Der war gut, Pascal. In 10 Jahren einen guten Witz gebracht. Ja, im Gegensatz zu dir. Das ist nicht persönlich. Von mir kommt immer gute. Nee, ich meine, die... das Aussehen. Die Aussehen? Das Aussehen hab ich gesagt, tut mir leid. Du hast gesagt, die Aussehen. Nee. Ach, ha, ho. Aufnahmebeweis. Ich bin auch ein Aufnahmebeweis. Nee, du nimmst den nicht auf. Ja, bei deiner Aufnahme, Robo. Ja, aber... Dies wird man eindeutig hören, was ich wirklich gesagt habe. Und zwar nicht das, was du gesagt hast. Bist du sicher, dass ich mich aufnehme? Ja, bin ich mir ganz sicher. Okay. Oh, oh. Kommst du? Ja. Ist einfach rausgekommen. Komm mal, nimmst du noch was? Das ist wie der Moment, ähm... Bei dem man weiß, dass man kommen wird. Da muss man aber einfach aufstehen. Dann ist nämlich noch geiler. Ja. Ich finde, die anderen hat dieses Forum noch gemerkt, das Wixen-Forum. Oh Gott. Da warst du heute mit dem TS-Trimmuskel. Trotzdem, wenn man es schon so hört, weißt du? Hier geht's nach unten, hier wo man nicht weiter. Hier geht's nach unten, hier wo man nicht weiter. Hier geht's nach unten. Ja. Ich fand's... Ich fand's Wixen-Forum interessant. Ich geh da nicht durch. Ich kann ja jetzt gern noch was vorlesen. Nein. Könnt's doch sein lassen. So, ich mach? Nein. Okay, kann weiter. Hier unten haben wir was vergessen. Ah. Ah, ja genau. Wixen-Blog. Wixen für Wixer. Oh mein Gott. Guck mal, bei so'n Thema sagt er dann wieder was. Hm. Ganz so offen, aber sagt er dann... Wixen da an. Da ist ja ganz vorn mit dabei. Wirst du das Lachen sehen, das Lachen gerade? Hä? Hä? Hä?